Usefulgerman.com Heute fliege ich nach Moskau. Heute fliege ich nach Moskau. Ich habe einen großen Koffer und einen Rucksack. Ich habe einen großen Koffer und einen Rucksack. Ich fahre mit dem Taxi zum Flughafen. Das Taxi kommt in 5 Minuten. Das Taxi kommt in 5 Minuten. Die Fahrt zum Flughafen dauert 30 Minuten. Die Fahrt zum Flughafen dauert 30 Minuten. Zuerst gehe ich zum Check-in Schalter. Zuerst gehe ich zum Check-in Schalter. Ich habe den Flug online reserviert. Ich habe den Flug online reserviert. Am Schalter gebe ich mein Gepäck auf. Außerdem muss ich mein Visum für Russland vorzeigen. Außerdem muss ich mein Visum für Russland vorzeigen. Danach muss ich zur Sicherheitskontrolle. Danach muss ich zur Sicherheitskontrolle. Ich darf keine Flüssigkeiten im Handgepäck mitnehmen. Ich darf keine Flüssigkeiten im Handgepäck mitnehmen. Ich darf keine Flüssigkeiten im Handgepäck mitnehmen. Der Sicherheitsbeamte kontrolliert mich. Ich darf keine Flüssigkeiten im Handgepäck mitnehmen. Bei mir ist alles in Ordnung. An der Anzeigetafel werden die Abflugzeiten angezeigt. An der Anzeigetafel werden die Abflugzeiten angezeigt. An der Anzeigetafel werden die Abflugzeiten angezeigt. Ich habe noch viel Zeit. Ich habe noch viel Zeit. Ich gehe noch in einen Duty Free Shop. Ich gehe noch in einen Duty Free Shop. Ich werde noch ein Geschenk kaufen. Danach gehe ich zu meinem Gate. Vor dem Gate wird mein Reisepass kontrolliert. Ein Flughafenmitarbeiter fährt in der Zwischenzeit das Gepäck zum Flugzeug. Sobald das Flugzeug beladen ist, dürfen wir einsteigen. Sobald das Flugzeug beladen ist, dürfen wir einsteigen. Es ist so weit. Das Flugzeug hebt von der Startbahn ab. Es ist so weit. Das Flugzeug hebt von der Startbahn ab. Bist du schon mal am Flughafen gewesen? Bist du schon mal am Flughafen gewesen? Wohin bist du geflogen? Bist du schon mal am Flughafen? Bist du schon mal am Flughafen? Bist du schon mal am Flughafen? Bist du schon mal am Flughafen?